In meiner Kohle, in meiner Macht ersticke ich gern und Junge, und das was du hast, nehme ich dir noch weg, dass du gar nichts mehr hast. Und das ist auch bedrohlich, dass sie sich da so rüberlehnt zu ihm. Deswegen habe ich die Schraubs genommen, Sabrina hat die Schraubs genommen. Wer packt mich da gerade an? Was bist du denn? Ja, bei mir kannst du das nicht, weiß ich nicht. Nein! Hey, pack mich nicht an! Sonst willst du den ganz anderen sagen, pack mich nicht an, was ist mit dir? Du weißt schon, dass du dich die ganze Zeit rübergelehnt hast über den Emanuel, ne? Pack mich nicht an! Oh mein Gott! Hat das, das war der Grund, wieso sie ihm einen Prinzessinnenklatsche gegeben hat? Handkreiflichkeit in einem Format wird nicht mehr geduldet. Tja, naja. Vielleicht bist du auch ganz ballaballa wirklich. Ey, das weiß ich schon, dass ich ballaballa bin. Please hold for a very important message. Schnuffelhasen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Sanjil, dein Lieblingsroster mit Herz. Und ich heiße dich hier willkommen zu einer neuen Reaction. Und zwar reden wir heute über prominent getrennt Folge Dry. Und die sind wirklich, ich dachte ja gestern schon in der Temptation Reaction, wir würden jetzt sprechen über prominent getrennt. Aber ihr habt gemerkt, wir haben es nicht getan, weil ich keinen Ton mit aufgezeichnet hatte. Dann muss ich irgendwie mit meinem Gal, äh Gal, mit meinem Gal, I'm a gal, I'm a bad gal. Man sagt doch in irgendeinem Slang Gal zu Girl, I'm a bad gal. So, nein, ich muss mit meinem Gelnagel irgendwo gegengekommen sein und hab da irgendwas in meinem Aufnahmeprogramm verstellt, sodass der Ton einfach nicht dabei war. Und dann hab ich einfach mal flott umdisponiert. Dispo kennt ihr bestimmt, ne? Ja, ich auch. So, heute wird spannend, Leute. Ich weiß ja noch, was letzte Woche los war, aber wir sind da zum Rosten, ne? So, ich suche mir jetzt einmal den Kommentar des Tages für uns Süßen aus. Wir sind wieder sehr, sehr süß unterwegs, finde ich, die letzten Tage. So richtig so mit coolen Erkenntnissen. Ja, okay. Ich finde den Kommentar echt spannend. Und weil er auch so zu einer Unterhaltung passt, die ich in den letzten Tagen, ich glaube, mehrfach geführt habe. Es geht um den Handwerker. In der Regel quatscht man nicht mehr mit sogenannten Handwerkern und macht auch keinen Kaffee mehr für sie, da sie in der Regel, es mag Ausnahmen geben, die verquatschte und pausierte als Arbeitszeit dazurechnen oder anzurechnen. Und eigene Erfahrungen. Eine Stunde Pause, gleich 100 Euro drauf. Dachte noch, hey, die sind aber nett. Mir wurde sogar einmal ein Lehrling mit 150 Euro in Rechnung gestellt, der einmal zum Auto gegangen ist, um Schrauben zu holen. Und ansonsten vier Stunden rumsaß. Und da bin ich bei einer Sache. Es geht alles nur um Geld, ne? Es geht wirklich alles nur um Geld. Ich habe jetzt ja im Zuge der Wohnung natürlich mehrfach jetzt schon die Erfahrung gemacht, jeder will Geld verdienen. Und es ist ja nicht unendlich viel davon da. Und jetzt so den Satz zu lesen, in der Regel quatscht man nicht mehr mit sogenannten Handwerkern und macht auch keinen Kaffee mehr für sie, hört sich für mich aber trotzdem sehr, macht mich traurig. Und ich denke mir so, wow. Also, wow einfach. Nicht, dass du jetzt hier, Catman, ein schlechter Mensch bist oder irgendwie sowas. Oder dass ich dich kritisiere. Ich finde es total schlimm, dass dir ein Lehrling, der einmal zum Auto gegangen ist, dass der dir mit 150 Euro berechnet wurde. Aber aufgrund von Kohle passiert so vieles Zwischenmenschliches einfach nicht mehr. Und das finde ich super schade. Klar, Geld ist wichtig. Ohne muss nichts los. Aber ich glaube halt, viele kämen auch mit weniger davon zurecht. Sowieso, die ganze westliche Welt. Also ich meine, wir sterben in Fettleibigkeit und in Afrika verhungern die Menschen. Das muss ja auch nicht sein. Also wir müssten gar nicht so ein Gefälle haben. Das ist einfach, weil wir hier Regionen immer satt sind und immer mehr. Und Hauptsache Essen wegwerfen, statt mal anders damit umzugehen. Kapitalismus brauche ich jetzt hier nicht zu erzählen. Aber es ist traurig. Ich werde meinen Handwerkern auf jeden Fall weiterhin Kaffee machen. Und wenn einer von denen meint, das mit anrechnen zu müssen, soll er das machen. Weil ich kann das nicht. Mir tut das so leid, dass die da scheinbar so eine kühle Sprache sprechen. Ich weiß nicht. Liebe ist für mich in so vielerlei Hinsicht einfach die Cure. Wisst ihr? Ja, das ist das Heftige. Auch das Chirurgenthema. Klar, weiß ich, warum die dann am Ende sagen Hals, Maul. Wenn die dann irgendwas verschnippelt haben. Weil eine Korrektur würde ja Extrakosten bedeuten. Dann rede ich den Patienten lieber ein, der hat einen an der Marmel und hoffe, dass der sich dann abschrecken lässt und nicht mehr kommen. Klar, bei allem anderen ja auch. Ich habe jetzt gestern bei meiner Küche, die ja nicht günstig war, an der Tür so einen kleinen, das ist eine Beschädigung. Und ich weiß nicht, wann sie passiert ist. Ich kann es keinem vorwerfen. Ich weiß nicht, wann das kam. Entweder ich habe es bei der Abnahme nicht gesehen. Oder, aber ich habe die ja schon unterschrieben. Oder, ich weiß es nicht. Aber ich denke mir so, ja, was würdest du jetzt machen? Wem soll ich das denn jetzt? Also, derjenige, der es war, hätte es mir sagen müssen, als es passiert ist. Dann hätte man eine Lösung gefunden. Irgendeine Versicherung hätte das bezahlt. Aber ich versuche mich an solchen Sachen einfach nicht mehr aufzuhalten. Was sagt ihr? Was macht dieser Kommentar mit euch? Würde mich jetzt echt mal interessieren. Ja, und weiter geht es jetzt mit, mit hier prominent getrennt. Ich bin super gespannt, wie es hier weitergeht, liebe Leute. Falls du neu bist auf meinem Kanal, möchte ich dich herzlich dazu einladen, ein Schnuffelhase zu werden. Werde ein Teil von uns, tritt dieser wundervollen Community bei. Wir sind die Schnuffelhasen Gang und wir freuen uns immer wieder über Zuwachs. Deswegen komm mit dazu. Seid ihr nur über eine Sache bewusst. Wir sind nicht still. Die Schnuffelhasen sagen, was sie denken. Und sagt auch gerne hier, wie ihr das seht. Ich werde wahrscheinlich eine andere, ich werde ja viele Sequenzen hier kommentieren. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir bei allen Protagonistinnen die gleiche Meinung haben werden. Deswegen, let me know in den Kommentaren. Und ich warne schon mal. Ich bin doppelmoralisch unterwegs. Ja, weil ich ein Mensch bin. Und ich würde meinen, jeder Mensch ist irgendwo doppelmoralisch unterwegs. Vielleicht auch nicht jeder, aber ich bin es auf jeden Fall. Ich bewerte die Situation unterschiedlich ein. Ich habe so ein Partien für die anderen, Antipartien für die anderen in bestimmten Situationen. Das kann sich immer wieder ändern. Nur, dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Sicherlich ist in meinen Aussagen auch Projektion mit dabei. Parts, über die ich vielleicht in der Vergangenheit nicht stolz bin, dass ich sie so gemacht habe, mit mir machen ließ etc. Was ich allerdings sagen kann, und das wurde ja auch sehr, sehr häufig im letzten Video kritisiert, kann es sein, dass du über deinen Ex noch nicht hinweg bist und deswegen sauer bist. Auch Sarah, da kann ich euch die Hoffnung und die Illusion nehmen, weil da muss ich sagen, bin ich richtig gut, richtig gut dabei. Also, das ist sehr, sehr gut verarbeitet. Aber eben nur, weil ich bestimmte Vorkehrungen getroffen habe, nicht mit ihm in so ein Format gegangen bin, nicht weiter mit ihm schreibe, nicht weiter mit ihm telefoniere und, und, und. So, und wenn ich dann aber vielleicht jemanden ein bisschen härter kommentiere, der da so wackelig unterwegs ist und sich dem Ex noch aussetzt, obwohl der eigentlich nicht gut ist für einen, dann vielleicht, weil ich projiziere und sauer bin, so ein bisschen auf den, auf den Sunny, der das damals gemacht hat. Das könnte sein, ne, gebe ich zu. Also, und der Hass erfüllt, haben wir jetzt diese Woche, glaube ich, schon sehr, sehr häufig durchgesprochen, gehört schon jede Suppe mit dazu, ne. Und jetzt geht's los! Könntest du gut schlafen? Ja, also gestern schon, Michael war gestern auch. Weiß gar nicht, ich glaube, wenn ich gestern eine gewisse Marke Champagner hier gehabt hätte, ich glaube, die wäre über mir hergefallen. Und that's why, Leute. That's why Blocking statt Jogging. Weil natürlich, wenn du deinen Ex wieder siehst und es geht vielleicht auch mal um was anderes als um eure gut begründete Trennung, ja, verschwimmen die Grenzen. Und deswegen, weil ich kriege natürlich viele Nachrichten zu diesem Thema. So, Sunny, was soll ich machen? Ich bin gerade so traurig, ich bin nicht glücklich. Und dann so, ja, irgendwie mit meinem Ex, ich komme nicht drüber hinweg. Meine erste Frage ist eigentlich immer, siehst du den noch? Und dann so, ja, aber er tut mir halt auch nicht nur schlecht. Ist so wie jetzt. Er tut dir aber schlecht, oder? Auch schlecht. Ja, aber er ist nicht so, ja, bla, okay. Wobei, dann weiß ich eigentlich auch schon, warum es dir nicht gut geht. Deswegen Blocking statt Jogging. Regel Nummer eins. Und dann, wenn die kommen mit, ich will aber mit ihm befreundet sein. Leute, es gibt so viele Menschen da draußen, mit denen ihr befreundet sein könnt. Doch nicht mit dem Ex. Das ist so, das ist, für mich ist das wirklich Quatsch. Quatsch, Quatsch, Quatsch. Denk ich mir auch mal, die Leute machen sich auch voll was vor. In welche Richtung sie sich was vormachen, keine Ahnung. Ist individuell zu betrachten, aber die machen sich was vor. Der Ex ist der Ex. Du musst so kacki machen, Tommy. Ich wollte mich fern. Soll ich kurz gehen? Mach ganz kurz, dann nehm ich so. Guck mal. Oh nein, wie unangenehm. Vor allem, das sind so Leute, die kennt man gar nicht so richtig, ne? Und muss man da das Gesicht so raushängen lassen? Will man da nicht für sich sein? Ich frage, will man da nicht so für sich sein? Warum sollen die Leute gucken, wie man guckt, wenn man kackt? Okay. Ne, das will man doch nicht. Wie sieht es immer aus, wenn die beiden kommen, habe ich immer irgendwie Angst. Können wir kurz runter in den Pool, dass wir nichts glätten? Da gibt es nichts zu glätten. Das ist für das Spiel, habe ich gerade gesagt. Glätten für das Spiel. Das Schlimme an Emily ist auch, sie versteht kein Nein, ne? Die kommt ja dann hinterher. So, guck mal, die Godzilla mit diesem Blick. Und die will das dann jetzt klären. Das muss jetzt geklärt werden für das Spiel. Kommst du jetzt mal mit? So, sie versteht nicht, dass Gina gerade nicht mit ihr reden will. Sie will gerade nicht mit ihr reden. Und sie so, kommst du jetzt bitte mit? Jetzt möchte ich das glätten. Schatz, du scheinst da gestern aber auch Sachen gesagt zu haben über ihre Familie. Die waren unter der Gürtellinie. Die ist jetzt sauer auf dich. Die möchte nicht mit dir reden. Das musst du dann auch akzeptieren. Ja, wir gehen zum Spiele, lesen uns die Regeln durch und spielen. Ja, das Ziel, ne? Seht ihr, wie die ihr hinterher watschelt? Die watschelt ihr richtig hinterher? Gina hat doch gerade gesagt, wir kommen da an, wir lesen das durch, spielen, fertig. Du weißt doch gar nicht, worauf du dich vorbereiten willst. Ich verstehe das gar nicht, solche Menschen. Kinder, wenn man nicht mal was klären möchte. Komm, und dann so Kinder, kindisch, wenn man nicht mal was klären möchte. Ne, watschelt ihr aber hinterher, ist wie ihr Schatten gerade. Ich möchte nicht mal gestern reden. Ich bin auf Piss. Boah, jetzt redet sie vor den Leuten noch weiter mit der darüber. Die will da nicht mit dir reden. Du kannst das finden, wie du möchtest. Du kannst das kindisch finden. Du kannst das was weiß ich was finden. Die möchte einfach nicht mit dir reden. Kannst du das bitte akzeptieren? Das ist übergriffig. Ich habe das gemeint im Sinne, weil du mir immer das Gefühl gibst, ich bin die einzige Impulsive, die Aggressive, bla bla bla. Aber ich dachte, wir wollten nicht über gestern sprechen, sondern über das Spiel. Und jetzt sprichst du hier doch von gestern. Die geht gar nicht. Boah, das geht gar nicht klar. Ey, Emily ist wirklich Endstufe. Gina, bitte bleib mal kurz hier. Für mich ist das Gespräch. Gina, wir sind Teampartner. Ne, du kannst Teampartner nicht vorspielen. Vorschieben. Du hast gesagt, du willst nicht darüber mit ihr reden. Und jetzt laberst du genau darüber. Die hat doch nicht mal alle Land am Zaun. Gina, ich rede mit dir. Nee, du gehst nicht einfach. Wir müssen die Situation nicht... Für mich ist das doch jetzt geklebt. Lass mich doch einfach in Ruhe ausreden. Wir müssen doch... Aber du akzeptierst nicht, dass ich nicht mehr darüber reden möchte. Die willst du ja nicht hier haben. So. Willst du nicht? Sie will nicht mit dir reden. Bitte. Das ist kindisch. Wir sind hier im Team. Kommst du mit dir? Boah, ey. Das ist... Ey, das ist Kreisverkehr, Autobahn. Guck mal, wenn er das sogar schon sagt, wenn der sich da hinsetzt und das auch einstuft als nervig, dann weißt du, was los ist. Wenn Mike fucking sees, sich da hinsetzt und sagt, ja, das ist Endstufe, Kreisverkehr und so, ne, dann weißt du, was los ist. Warte jetzt eine Sekunde. Ich hab mit dir nichts mehr zu klären. Können wir uns mal kurz setzen, bitte? Du kannst dich gerne setzen. Ich möchte mit dir ein vernünftiges Gespräch führen. Kann man sich da drinnen einen Anwalt nehmen? Weil eigentlich gehört die Emily angeklagt. Kann die bitte sich einfach so Sicherheitsabstand, dass man so sagt, wie nennt sich das, wenn man das gerichtlich einfordert, dass sich jemand, der 50 oder 100 Meter oder wie viel auch immer nicht nähern darf, könnte man, das hätte man hier mit reinnehmen müssen als Klausel. Beim nächsten Mal weißt du Bescheid, weil die kennt ja keine Boundaries. Sandra und Tommy, macht euch jetzt auf den Weg für eure Zeit zu zweit. Ich will mich eigentlich gut mit Sandra verstehen, aber sie macht es einfach unmöglich. Was stimmt jetzt mit ihr nicht? Warum nimmt sie einen Bilderrahmen mit? Versucht sie, den wieder zurückzugewinnen oder was? Die Bilderrahmenkette hat er mir bei Temptation mitgegeben, weil er meinte, dann siehst du, ich beobachte dich die ganze Zeit, ich bin die ganze Zeit bei dir. Okay, das ist Psycho-Vibe. Das ist richtig Psycho-Vibe. Hat die jetzt so sein Gesicht gestreichelt in dieser Wand? Die will das nicht wahrhaben, dass der eine neue hat, ne? Die so, nee. Paulina, gibt's nicht. Und ich gebe ihm jetzt diese Bilderrahmenkette zurück, die er mir bei Temptation gegeben hat. Leute, das ist loko. Also das ist für mich loko. Wenn die nicht gemerkt hat, dass dieser Zug abgefahren ist, dann weiß ich auch nicht. Also dann, na, Sandra, vor allem der hier war mir echt, also der hat mir den Rest gegeben. In diesem Gespräch hast du gesagt, von wegen ja, ich liebe Sarah nicht wegen ihrer Person, nur wegen ihrem Körper. Nein, das war komplett falsch gedeutet. Hast du wirklich zur Sarah von gesagt, dass du ihr noch lebst? Nein, okay. Ich habe gesagt, ich bin so böse, so bumse. Wenn ich diesen Blick von ihr sehe, dieses Arrogante und dieses Hochnäsige und dieses Besserwissere, das hasse ich. Und da merke ich einfach wieder so, diese Frau, ja, habe ich zwar mal geliebt, aber das ist das Beste, dass sie vor mir weggekommen ist. Weil ich habe ein riesengroßes Herz, das hat sie nicht. Oh Gott. Okay, wow. Ja, dann hat er sich also bei, also letztes Jahr quasi drängen lassen, strategisch in so eine Rolle, in der er sich aufrichtig entschuldigt hat. Heißt also, das war einfach für den Arsch. Da haben ja viele dann auch gesagt, oh, guck mal, der zeigt jetzt Reue und so. Ähm, zeigt er gar nicht. Gar nicht. Und Sachen, die er da betrunken über sie gesagt hat, Katastrophe. Ende im Gelände, habe ich ja auch letzte Woche schon gesagt. Lass sowas bitte sein, allgemein einen Menschen auf so Äußerlichkeiten runterzureduzieren, macht man einfach nicht. Sie kriegt ja nur ein bisschen Aufmerksamkeit durch mich. Nur durch diese Sachen, sonst, sie selber hat ja keine Präsenz. Da kannst du auch einen Todspot hinstellen, auf das ich gesagt habe. Ja, aber warte mal, sie will uns doch jetzt zeigen, dass sie auch jemand anderes ist, als außer die Ex von einem Z-Pommi. Ähm, ich finde, sie spricht hier gut mit ihm. Also, ja, weil sie benennt die Sache. Sie beleidigt ihn nicht, sondern sie sagt, hör bitte auf, Menschen zu reduzieren auf irgendwas. Und, ähm, das ist gerade echt widerlich, ne? Also, ähm, du hast mich betrogen und jetzt sagst du, du würdest mich einfach nur bumsen. Das ist irgendwie unterirdisch. Rein ethisch, moralisch ist das wirklich eine unterirdische Geschichte. Ich glaube, dass das sehr viel von seiner Art mit seinem Elternhaus zu tun hat. Aber irgendwann ist man halt auch erwachsen und muss dann halt, ähm, seinen eigenen Weg gehen. Und da, guck mal, hätte sie zum Beispiel, wenn sie so über ihn redet, ne, kann ich der auch gar nicht ans Bein pissen. Dann kann ich mich auch gar nicht über die aufregen. Die versucht ein bisschen zu verstehen, warum er so ist, wie er ist. Das finde ich voll in Ordnung, ne? Deswegen. Kennst du das noch? Ja. Weil ich ja nicht die Möglichkeit hatte, so richtig zu sprechen. Und ich will einfach mit dir, dass wir es schaffen, auf einen Nenner zu kommen. Mal sehen, ob die jetzt mehr Einsicht zeigt oder ob die jemand noch weitermacht in ihrer Vision von der Sache. Ja, ich bin gespannt. Sie ist auch wirklich so trocken rein, ne? So, pfft. Gar nicht, also gerade hingesetzt. Ich habe das Foto dabei, bitte schön. Ja, hier bin ich. Okay. Sind wir wieder zusammen? Danke. Aber guck mal, er gibt dem Ganzen, finde ich, irgendwie eine Chance. Und dann gucke ich ihn dir an. Und dann so, ja, das du, das ist sehr positiv. Gucken wir mal. Also, weil viele ja auch, ja, zu Parallelen gezogen haben, zu Sandra und zu Tommi und zu Sarah und so. Ich finde, die kann man eh alle nicht vergleichen. Das sind alles, ja, vielleicht fand Betrug statt bei Zweien, aber dann sind da wieder so viele Komponenten, die die Situation individuell machen. Aber jetzt gucken wir hier mal. Wieso waren die materielle Geschenke immer so wichtig? Ich denke mal, dass es geht um die Kette. Also, wieso gibst du dir keine Mühe und besorgst das richtige Geschenk? Naja, sie bleibt halt wirklich, sie bleibt dabei, ne? Sie ist halt so, nee, so, also, warum bist du so doof und holst mir nicht die richtige Kette? Fertig. Du hast deine Szene gemacht, sogar deine Eltern, ich lüg nicht, ich schwör, ich schwör. Du warst da, hast eine Szene gemacht, so nicht so gebrüllt und so, aber man hat gemerkt, so, du warst überhaupt nicht zufrieden. Ja, wenn du behauptest, es ist nicht so, dann wird es nicht ungeschehen. Also, ich kann mich schon, ich glaube schon, dass der Tommy hier gerade die Wahrheit sagt. Weil der ist wirklich so, ne, mit Leib und Seele dabei und sagt, doch, doch, genau so war es. Seine Eltern waren dabei, alle haben das gesehen. Und sie so, nein, 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 ich nicht. Doch hast du wahrscheinlich. Ich glaube, mein Venus-Hügel sagt, dass du das, dass du das genau so gemacht hast. Eben, ich fand es nicht so gut, dass du dir einfach keine Mühe gegeben hast bei mir. Ich finde nicht, dass ich mir keine Mühe gegeben habe. Lass das einfach, ne, weil für ihn war es viel, für dich war es nix und fertig. So, es ist, ja, es ist halt so. Und ein Jahr später oder ein halbes Jahr später seht ihr Süßen das halt immer noch sehr verschieden. Deswegen, ja, lass das doch einfach dann, ne. Es ist irgendwie, es kommt nicht aufeinander. Wieso hast du nach unserer Trennung nochmal mit mir geschlafen? Weil in dem Moment hat es mir gut getan, dich wiederzufinden. Aber, weil du so scheiße gebaut hast, dann sage ich, hey, mach da keine falschen Filme. Ja, kann ja passieren, ne. So, also, wenn man halt nicht direkt auseinander geht. Die haben dann wahrscheinlich nochmal weiter miteinander gequatscht und keine Ahnung. Und dann, man verläuft sich ja dann schnell wieder. Und ist verwirrt und weiß vielleicht nicht, was man so richtig tut. Und dann kommt Geilheit und keine Ahnung. Also, ich würde ihn jetzt nicht dafür verurteilen, dass er, nachdem die quasi diese Trennung hatten, nochmal zwei Tage später nochmal mit ihr geschlafen hat. So, kann mal passieren. Du willst nur, dass es jetzt nicht so heißt, dass du mir irgendwelche Hoffnungen gegeben hast oder so. Aber es ist logisch. Ich habe dir Hoffnungen gemacht. Was bedeutet ich denn noch? Ja, weil, was soll man dazu sagen? Will sie ihn jetzt quasi dran kriegen, indem sie sagt, ja, aber zwei Tage danach hast du noch gesagt, du, das wird was mit uns. Und dann hat er sich aber umentschieden und dann wurde es eben nichts. So, weil dann hat er noch eine andere geknallt und jetzt hat er eine neue Freundin. Ich verstehe halt nicht, wenn man noch nicht einmal das eigentliche Problem jetzt gelöst hat, nämlich die Betrachtung dieser Situation, die sie ja damals unzufrieden gestimmt haben, ne? So, da spricht er ja immer noch nicht die gleiche Sprache. Dann ist es doch eigentlich vollkommen egal, ob er kurz danach nochmal verwirrt war und vielleicht irgendwas Hoffnungsvolles gesagt hat. Weil so oder so würde es keinen Sinn machen, wenn ihr es wieder miteinander probieren würdet, weil ihr sprecht immer noch nicht die gleiche Sprache. Ich denke, dass du mir noch sehr viel bedeutest, weil sonst würde es mir nicht so wehtun. Ich denke, dass es sehr, sehr schwierig auch ist, so miteinander zu sprechen, ne? Wenn sie bei jedem Mal, wenn, ja, wenn er ihr wieder irgendwas sagt, wenn sie dann wieder in Tränen ausbricht, so, weil es macht die Kommunikation einfach wirklich schwierig. Und das Alkoholglas würde ich auch wegstellen, weil wenn du eh schon so emotional bist, dir da noch einen reinzulöten auf nüchternen Magen, macht das Ganze nicht konstruktiver, okay? Weil die kommen ja keinen Meter weiter. Wir hätten danach vernünftig reden müssen. Nein, nein, das siehst du einfach anders als ich. Und du sagst, es ist wegen Temptation, dass du so kalt bist. Natürlich bin ich kalt mit dir wegen Temptation. Es geht darum, dass ich nicht einfach das wegschmeißen wollte wie du, okay? Sind wir im Guten? Ist alles okay? Oder willst du noch was sagen? Ich habe das Gefühl, dass wir uns halt hier, ja, wie du schon gesagt hast, dass wir uns ja nicht eines sind. Ich weiß es nicht. Kann ich dir jetzt noch nichts sagen. Ich muss sagen, ich verstehe den Tommy voll. Weil sie hat halt verschissen bei Temptation. Und sie sitzt da ja immer noch nicht und sagt, ja immer noch nicht, oh Gott, ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Wer war ich? Welcher Dämon ist in mich gefahren? Das sagt sie ja nicht. Das hätte die beiden jetzt weitergebracht. Weil wir haben dich alle nicht wiedererkannt. Das war super spooky, was du da warst. Und sie nutzt die einzige Chance, die sie jetzt hier wirklich hat wieder, nicht um das zu klären. Sondern versucht immer noch, da ihre verzerrte Geschichte durchzuboxen gerade. Also ich könnte auch einfach ein Gespräch mit mir selber führen. Da hätte ich genauso ein geiles Gespräch wie mit Immanuel. Ja, aber Schatz, warum seid ihr dann hier? Ja, also ja, klar, weil sie jede Sendung mitnimmt. Aber da ist sie jetzt wieder so fürchterlich von oben herab. Ich finde, Immanuel habe ich noch nie so von oben herab erlebt. Der war irgendwie immer ein cuter. Weißt du, ich verstehe gar nicht so richtig. Ich kann gar nicht nachvollziehen, warum sie sich so an ihm auslebt irgendwie, um jetzt hier sich zu inszenieren. Max, wer küsst besser? Sandra, Melina oder Kim? Okay, wow. RTL, ihr wisst schon, was ihr da tut, ne? Ihr habt wirklich hochexplosive Charaktere. Einige davon haben sich durchgeschummelt durch den psychologischen Eignungstest, ne? So. Weil, obviously, Mike sees es da drin, ne? So. Und da sind so viele verwundete Seelen. Und ich, also du, du RTL. Und ihr stellt dann solche Fragen. Und dann endet das Ganze am Abend in einer Klatsche. Okay. Melina. Melina. Aber wenn ich so mit drauf gestanden wäre, hätte es mich natürlich schon so ein bisschen interessiert. Aber da war RTL noch gnädig, ne? Also das wäre ja dann Next Level gewesen. Wenn sie noch mit dabei gewesen wären in der Auswahl. Ey. Und ich wette, dass er halt so loko gewesen wäre. Der ist ja so rücksichtslos. Der hätte dann auch wirklich ehrlich geantwortet. Und wenn das nicht die Ex gewesen wäre, die am besten geküsst hätte, dann hätte er das auch gesagt. Sandra, wen findest du heißer? Tommy oder Max? Warum Tommy? Max hat doch... Da steht nicht drauf gebrültet. Da steht nicht drauf gebrültet. Aber warte mal. Für Kimberginia erstmal ein Glas Wasser, ne? Weil die ist ja super besoffen, ne? So. Und die provoziert ja hart. Und also die ist ja von Anfang an, finde ich, sehr provokant unterwegs. Indem sie ziemlich überheblich die ganze Zeit zu allen noch meinte, Bitches, Bitches, setz dich hin, setz dich hin, Bitches. Ich, ich, ich. Kimberginia to the motherfucking. Und jetzt mischt sie sich ja auch in ein Thema ein, womit sie ja gar nichts zu tun hat. Weil ich habe noch im Hinterkauf, Kimberginia meinte, es war eine Prinzessinnen-Klatsche. Und wir wissen ja auch nicht, was vorher passiert ist. Also ich beobachte einfach nur die Situation und finde jetzt schon, dass ich verstehen könnte, warum du dort vielen Menschen bereits zu diesem Zeitpunkt schon auf den Sack gegangen sein könntest. Hat die auch einen Ausschalter oder so? Ausschalter gibt's nicht. Aber seht ihr, die ist halt unangenehm. So kann man sagen, ne? So, weil nicht, dass die jetzt versucht, sich dann hier so rauszureden, ne? Dass sie sagt, ja, ihr wisst ja nicht, was passiert ist und bla bla bla. Nee, Schatz, du bist voll drüber. Die Leute sind alle genervt von dir. Jetzt schon. Tim bleibt langweilig, weil er langweilig ist. Nee, ist er nicht. So, und guck mal, sie verwechselt das halt. Sie verwechselt sich blamieren mit unterhaltsam sein. Ja? Findest du eine Frau anziehend oder attraktiv? Ausgenommen von Michelle. Hier, findest du hier eine Frau. Ich hab, ich hab das schon immer gesagt, auch öffentlich. Ich hab die schönste Frau der Welt geheiratet. Oh mein Gott. Was soll ich sagen? Sie verliebt sich gerade nochmal in ihn und es ist der größte Fehler ihres Lebens, ja? Und es ist sehr harmonisch und das macht es natürlich für uns auch ein bisschen leichter, auch in der Gruppe und gegenseitig auch, dass man sich supportet. Ihr seid auch das einzige Paar, was zusammenpasst. Jetzt halt mal wirklich die Raffel. Was meint ihr? Ihr seid auch das einzige Paar, was zusammenpasst. Wie hat sie das gemeint? Wie hat sie das gemeint? War das ein Seitenhieb? Um einfach nicht langweilig zu sein? Aber es kam ja nicht gut an, ne? Würdest du Tim noch eine Chance geben? Nein. Oh, ehrlich? Du bist doch so ein toller Mann. Boah. Krass, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Wow, warte mal. Dich hat gar keiner gefragt und ich glaube auch nicht, dass du das beurteilen kannst. Safe, ich mache das eh so, deswegen bin ich auch krass in Formaten. Oh mein Gott. Oh mein Gott, und das ist das Problem. Weil die buchen sie natürlich, weil am Ende bedeutet das für RTL Kohle, ne? Aber sie, für sie entsteht dadurch eine vollkommen verzerrte Wahrnehmung, weil sie denkt, sie ist der Shit, ne? Wow. Ich lasse mich nicht unterbuttern, aber natürlich denkt jeder, okay, Manu, warum? Du hast die ganze Zeit gesagt, was du denkst, gerade in den Challenges. Schlimm, das ist schlimm, das ist schlimm. Das ist schlimm, das ist schlimm. Schlimm, das ist schlimm, das ist schlimm. Und dann sagst du, doch. Nein, 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 pass mir nicht an. Sie ist ihm voll ins Wort gefallen. Er war dran, er sollte was sagen. Sie ergreift wieder den Ton. Michelle versucht es liebevoll, sie aufmerksam zu machen. Die benimmt sich gerade genau wie Nico Legert in der Folge zuvor. Für mich war niemals zur Debatte, irgendwie komplett aufzugeben. Wir warten die Ausrallung ab. Aber dass ich, wenn ich das sage, okay, wir warten die Ausrallung ab. Wie unangenehm kann ein Mensch sein, Leute. Boah, wie unangenehm kann ein Mensch sein. Ich kann es nicht mehr. Ich kann es, also langsam, echt, das ist wirklich sehr unangenehm. Aber gib doch zu, dass du viermal aufgeben wolltest und fast 10.000 Euro kostet hättest. Sag wenigstens, du wolltest viermal aufgeben. Es ist nur kein Schwanz, was du laberst gerade. Ich kann den Tim vorhin verstehen, dass sie ihm richtig auf den Sack geht. Die geht mir hier aus der Ferne, geht die mir auf den Sack. Die geht mir so auf den Sack hier gerade. Ich würde am liebsten reingrätschen. Das geht gar nicht. Wer hat sie da, die hat sich da einfach im Fernsehen volllaufen lassen und lässt ihrem, ja, ach so tollen Charakter jetzt hier ganz freien Lauf. Und dann hat die so viele Fans gewonnen im Dschungelcamp. Ich glaube es ja nicht. Ich glaube es ja nicht. Womit identifizieren sich die Menschen bei ihr? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Weil im Dschungel kamen sie ein bisschen davon mit der Karte, oh, das ist ja eine, ja, mit Mike und bla bla. Was ist denn hier ihr Problem? Dass sie gehässig ist zu allen und dass sie sich überall hier einmischen und einfach nur Feuer legt, um Feuer gelegt zu haben. Und dann hieß es, ja, Layla ist voll die Falsche und so weiter. Nee, Layla hat das Spiel durchschaut, deswegen mag ich Layla auch. Auch wenn Layla Sachen vielleicht in der Vergangenheit falsch gemacht hat, aber sie war nicht so ansatzweise so krass unterwegs wie Kim. Kim, lass mich in Ruhe. Du hast keine Kohle, Junge. Ich hab Kohle. Erstick in deiner Kohle. Du hast keine Kohle, Junge. Ich hab Kohle. Ekelhaft. Ich finde es auch widerlich, wenn, also es ist wirklich, wenn falsche Menschen zu Geld kommen, dann ist das auch ein großes Problem in der Gesellschaft. Wenn so eine, was ist sie denn? Sie ist ja ein armer Witz. Mehr ist sie nicht. Und die ist zur Kohle gekommen und, ja, fühlt sich dann so auf, ne? In meiner Kohle, in meiner Macht, erstick ich gern. Und Junge, und das, was du hast, nehme ich dir noch weg, dass du gar nichts mehr hast. Und das ist auch bedrohlich, ne, dass sie sich da so rüberlehnt zu ihm und von oben herab ihn da so erniedrigt. Also widerlich, wirklich widerlich. Sie kennt keinen Respekt. Aber guck mal, ist ein guter Spiegel für dich, ne? Weil so hast du dich gestern aufgeführt. Genauso wie sie. Wenn du säufst, bist du genauso drauf wie sie. Dass du mich so hinstellst, es ist eine Blamage. Digga, dass du dich selber so darstellst, ist peinlich. Dich braucht gar keiner mehr zusätzlich zu blamieren. Du schaffst das schon selber. Du bist ein Stück Dreck. Du bist ein Stück Dreck. Wow, ein Stück Dreck ist da jetzt auch noch. Das ist, guck mal, alle, alle haben den Schauplatz verlassen. Alle sind vollkommen schockiert und wissen nicht so recht, was da gerade abgeht. Ich hab Gänsehaut, wirklich. Deswegen hab ich die Schraubst genommen. Sabrina hat die Schraubst genommen. Der fackt mich da gerade. Was bist du denn? Ja, bei mir kannst du es nicht, weiß ich nicht. Nein! Was? Hey, pack mich nicht an. Sonst willst du den ganz anderen sagen. Pack mich nicht an, was ist mit dir? Also, du weißt schon, dass du dich die ganze Zeit rübergelehnt hast über den Emanuel, ne? Guck mal, der Mensch sitzt da und du bist vollkommen besoffen und gehst die ganze Zeit so von oben an ihn herunter. Das ist ein Schüchternd, der hat sich komplett zurückgelehnt, ist komplett weg von dir. Du lässt nicht los und sagst die ganze Zeit schmerzhafte Dinge. Alle Menschen haben den Schauplatz verlassen, weil sie das alles nicht mehr mit ansehen können. Und er ist der Einzige, der die Situation gerade entschärfen möchte und dem Emanuel helfen möchte. So, und jetzt sehen wir, was sie aus der Situation macht. Pack mich nicht an. Oh mein Gott. Das war der Grund, wieso sie ihm einen Prinzessinnenklatsche gegeben hat. Boah. Ich bin so schockiert. Ich bin so schockiert, dass das alles war. Digga, du bist so, boah, krass. Und dann geht die in den Dschungel. Nee. Nee. Das geht gar nicht. Und Einsicht hat sie immer noch nicht, ne? Die hat doch dieses, dieses, diese Story erst vor kurzem gemacht. Ey, wenn die immer noch ihre ganzen Follower behält, ne? Dann bin ich, dann bin ich so sprachlos. Boah, krass. Willst du dich jetzt entschuldigen oder nicht? Denkst du, ich entschuldige mich bei dir, wenn du mich anpackst? Denkst du, ich entschuldige mich bei dir? Boah, raus mit der. Raus mit der. Ey, und dann hat sich irgendein Macher gedacht, oh, die brauchen wir noch im nächsten Format. Krass, oder? Leute, ich bin schockiert. Leute, also, also ich liebe RTL, ne? Weil hier, alles, was ich hier mache, basiert darauf. Aber da seid ihr über Leiche hingegangen. Also wirklich, das geht gar nicht. Und die hat, die hat dann da durch die nächste Show so einen Zuwachs bekommen und so ein noch größeres Sprachrohr, obwohl die hier den Totalausfall hatte. Einen krassen Totalausfall, den sie selber von Anfang an verschuldet hat. Ich hab gesagt, pack mich nicht an, dreimal. Hab ich auch nicht. Pack mich nicht an. Digger, alle sagen zu dir seit Stunden, du sollst die Fresse halten und du machst es auch nicht. Das, du hast auch nicht aufgehört. Pack mich nicht an. Und das hier ins Gesicht ist auch wieder, das, was du bei Emanuel gemacht hast, machst du jetzt auch weiter bei ihm. Also, nee. Handgreiflichkeit in einem Format wird nicht mehr geduldet. Tja, naja. Ja. Das wird dann halt aufs nächste Format verlegt, ne? Hallo. Was ist denn mit dich? So, schöner, ne? So. Okay, wie ihr sehen könnt, ist ein neuer Tag. Ich bin müde. Ich hab das jetzt hier gemacht, weil, ich weiß gar nicht, ob es so viel bringt, aber ich glaube, man sieht dann weniger, wie angeschwollen ich bin, oder? Ich bin morgens wirklich richtig, richtig angeschwollen einfach. Die Angeschwollene. Hallo. Ja, machen wir doch mal weiter mit prominent getrennt, ihr Süßen. Ich bin auch so doof, ne? Ich hab mir gerade noch einen Kommentar des Tages ausgesucht, weil ich so das Gefühl hatte, ja, es sei ein neues Video. Nein, ist nicht. Ist immer noch das Gleiche. Wir machen jetzt hier weiter. Bei prominent getrennt, nicht wahr? Boah, Leute. Ich bin so müde. So müde einfach. Aber heute steht einiges auf dem Plan. Man, die haben es ja dieses Jahr mit GFD Reality Stars auch ein bisschen krass gut gemeint, ne? Da gibt es jetzt immer zwei Folgen. Also Folge 2 hat Teil 1 und Teil 2. Und jeder Teil ist so lang wie eine Folge. Früher schon. Und die fand ich schon lang. Oh mein Gott. Egal. Also das steht nämlich heute noch an. Deswegen. Weiter im Text. Warte mal kurz. Wer hat das da stehen? Einer hat auf dem T-Shirt Best Day Ever stehen. Oh mein Gott. Ja, that was Best Day Ever. Mhm. Ey, so ist es heute Morgen hier auch, ne? Ja, und ich habe heute etwas geschafft, was ich wirklich sehr, sehr selten schaffe, noch nicht so oft geschafft habe. Sagen wir es mal so. In letzter Zeit aber immer öfter. Und zwar, dass ich bei nicht genug schlafe. Der Wecker klingelt früh, ja? Es regnet. Du musst Gassi. Und bevor du das machst, du wachst auf und siehst überall in der Wohnung ist Kacke, weil dein Hund inkontinent ist. Und es pendelt sich keinmal Mies-Muss-Schnelligkeit ein. So, ich bin jetzt müde, aber ich habe mich lieb. Kennt ihr das? Habt ihr das vielleicht noch? Weil ich bin jetzt losgeworden, dass ihr, wenn ihr müde seid morgens, euch ganz besonders wenig lieb habt. Und euch ganz besonders ärgert über bestimmte Dinge, über einen Radfahrer, der euch fast anfährt oder so. Und wenn ich mich so unausgeschlafen immer angeguckt habe, dachte ich immer, Gott, wer bist du denn? Ich mochte mich gar nicht. Und jetzt ist es halt so, dass ich zwar unausgeschlafen bin und merke, ja, ich hätte jetzt gerne drei Stunden länger geschlafen. Aber es erinnert nichts an der Tatsache, dass ich mich lieb habe und dass ich so denke, alles ist irgendwie handelbar. Aber wisst ihr, was man daran sehen kann? Was psychische Gewalt ausüben kann. Das ist ja das Ding. Die sind alle fix und fertig mit der Welt. Weil nachdem der Sturm namens Kim Virginia durchflegte gestern, sind die alle einfach fertig. Das war einfach too much. Das war, ja, die sind fertig einfach. Das ist so krass. Körperliche Gewalt hat bei Prominent getrennt keinen Platz. Daher müssen Kim Virginia und Emanuel die Villa verlassen. Also, erstens, der arme Emanuel hat sogar die körperliche Gewalt von Kim Virginia erfahren, weil sie ja vorher noch ein Glas geworfen hat, was schön kaschiert wurde. Und der muss jetzt auch gehen. Richtig nett. Und dann steht hier, körperliche Gewalt wird bei Prominent getrennt, hat keinen Platz. Das steht nicht bei RTL. Das ist krass. Die schreiben nie bei RTL. Das ist schade eigentlich. Weil, wäre ja schön, wenn das komplett gelten würde für den Sender. Ich will noch mal kurz gucken, was die geschrieben haben bei Prominent getrennt selbst. Spoiler. Ja, auch. Körperliche Gewalt hat bei Prominent getrennt keinen Platz. Digga, wer schreibt sowas? Hier gibt es Leute, die schreiben, aber hat Max Kim nicht zuerst an den Händen gepackt und Kim hat sich somit nur gewehrt. Ja, genau. So sieht es aus. Also, wer fragt. Also, es gibt wirklich Menschen, die das denken, ne? Leute, die ist ausgerastet und die hat ein Glas nach Emanuel geworfen. Der Typ wollte das einfach nur deeskalieren und die sind auch befreundet oder gut miteinander. So. Und dass sie einfach sturzbesoffen war und die dann geschlagen hat und so, das hat damit gar nichts zu tun. Tut mir leid. Und die hat das doch von Anfang an, hat die diese Lawine ins Rollen gebracht. Die ist allen auf den Sack gegangen und alle despektierlich behandelt. Das geht gar nicht. Krass. Muss ich kurz verarbeiten. Allein schon sagt sie, krass. Krass, echt? Muss ich gehen? Aber Dschungelvertrag ist doch schon unterschrieben. Machen wir gleich, ne? Okay, gut, dann gehe ich. Ja. Gehen? Mhm. Ja? Ja. Na ja, dachte ich mir. Dachtest du? Sie nicht. Sie nicht. Sie dachte, das ist, äh, Prinzessinnenklatsche darf man doch. Die wusste das gar nicht. Die so, ach, dachtest du echt, dass ich gehen muss? Habe ich jetzt, ich habe das nicht erwartet. Ich dachte, man darf Menschen einfach so schlagen. Komisch. Echt? Die ist voll überrascht. Echt? Komisch. Warum? Ich darf doch Leute schlagen. Ich bin doch entertaining. Ich bin doch voll unterhaltsam. Die anderen sind doch alle langweilig, sagen die immer zu mir. Ich dachte, was gehört dazu? Irgendwie so, flatsch, flatsch. Kim hat es nicht hundertprozentig eingesehen. Die hat immer wieder gesagt, ja, aber. Ja, siehst du? Die hat gar nichts gewalt. Aber guck mal, Michelle ist eigentlich echt gut dabei. Die weiß schon, dass man sagt auch nicht, ja, aber. So, die weiß das ja alles. Und trotzdem ist sie immer wieder auf den Mike Cisre reingefallen, ne? Das ist dann aber wie so ein Sog, ne? Tausend habe ich mir einfach gedacht, machst du? Ich hätte mir auf jeden Fall mehr zugetraut. Mausi. Also das ist hier gerade, die müssen, Nico und Sarah müssen entscheiden, wer um welche Summe spielt. So, und Mike, du hast die letzte Geschichte abgebrochen, weil du das noch nicht mal geschafft hast, auf dieser Schaukel, auf dieser Plattform stehen zu bleiben. Ja? Weil es hoch war. Sobald Höhe bei dir im Spiel ist, bist du doch fertig, bist du doch raus. Das ist eine ganz klare Überschätzung. Ich gehe davon aus, dass ich hier der fitteste zurzeit bin, vom Kopf her am weitesten. Und ich kann auch am besten mit dem Druck umgehen. Oh nein, wie unangenehm. Oh, das sagt so viel über den Menschen aus, ne? Dass der sich das selber gibt, ne? Oh, ganz unangenehm. Ja, aber der weiß halt auch nicht, wie er auch so in Gruppen agieren sollte, ne? Manche wissen das nicht. Ja, hätte ich nicht gemacht. Also, n-n. Aber was sagt man immer? Hochmut kommt vom Fall, ne? Ein bisschen mehr als 25.000 sind es. Kopfrechner war nicht so mein Ding. Er ist mehr als 25.000, oder? 10, 7, 5, 5. Was war denn noch? Ich glaube nicht, dass er so stark unterwegs ist. Der denkt jetzt halt nur, weil der irgendwie so bollig geworden ist. Äh, ist er jetzt irgendwie besonders stark, also ... Der hintere legt bei dem vorderen drauf, dass der Ball nicht stoppt. Okay? Dass viele reden gleich am Anfang war Blödsinn. Das ist jetzt mal richtig spannend, weil ich finde, der Max hat das ganz gut gelenkt. Aber es war halt voll spannend, was ein Mike Seas so in so einer Männerrunde macht. Die sind ja auch alle breit gebaut und er ist da so der Einzige ohne jetzt so ein großes Muskelpaket. Und da habe ich mich gerade schon, ja, gefragt, kann der sich unterordnen? Und er hat die erwartete Technik angewandt und hat das erstmal abgewertet, ne? So im Einzelinterview. Dort hat er wahrscheinlich die Fresse gehalten, weil vor denen würde er das nicht sagen, aber so dann hintenrum. Ja, das war ein völliger Blödsinn. Das war ein völliger Quatsch, was er da gesagt hat, ne? Um das vor sich selber wieder recht zu fertigen und sich wieder irgendwie aufzuwerten. Mach doch einfach ... Oh, ne, okay, er hat sogar gesagt, mach doch einfach einmal. Habe ich jetzt nicht gedacht. Gewöhnlich sind die ja, ähm, sind Narzissen ja gerne dann in so, vor allem in so einer Männerdomäne, eher zurückhaltend und dann kriegt es vielleicht die Frau zu Hause ab und darüber wird das dann ausbalanciert. Den halben Mitarbeiter, komm mal zu mir ran, da. Ich muss ja sagen, ein bisschen sexy ist das ja schon, ne? Wie die Boys hier. Alle so an einer Sache arbeiten. Ich finde das richtig nice hier irgendwie so am Morgen. So langsam erwache ich. Drei, zwei, eins, so wie los! Bei Rollen ist er frei, Nico! Langsamer, langsamer! Stell dir mal vor, bei den 10.000. Wir fangen an mit Tim hier schon. Ganz am Ende. Oh Mann, Tim. Ich kann dem Tim gar nichts übernehmen. Ich finde ihn so knuffig einfach. Der kann gar nichts, ne? Ich glaube, der kann wirklich nur gut aussehen. Mehr nicht. Aber solche Menschen muss es ja auch geben, die einfach nichts können. Einfach nur hübsch sind, oder? Traum wäre natürlich, hätten wir, keine Ahnung, drei Nicos und zweimal den hübschen Kerl hier neben mir. Boah. Und der Dwight sagt auch noch Ja, Mann. Ach du Scheiße. Ich würde haben sich zwei Endpunkte gefunden, oder? So, Männerfreie Zone. Jetzt können wir hier rumpupsen und rülpsen. Tom, ja, ich hab's trotzdem nicht gekonnt. Irgendwie dachte ich mir, dann findet der mich nachher eklig. Das hast du auch so hinbekommen. Also, auch ohne vor ihm zu furzen, hast du diesen Status erreicht. Wir haben einmal Sex gehabt. Oh, ich erinnere mich. Der ist gekommen und währenddessen hat er gepupst. Oh Mann, Leute, ihr seid im Fernsehen, ne? Also wirklich. Das ist, nee. Du bist jetzt nicht privat unterwegs. Das ist wirklich, oh nee. Oh Mann. Ich würd halt nicht wollen, dass das jemand über mich erzählt. Wenn du halt hier schon drei Paare Kappe haben hast, die von Anfang an schon sich abgesprochen haben, bevor sie überhaupt hier hingekommen sind. Wenn man hört, dass Leute natürlich irgendwie sich absprechen oder so, das ist nicht geil, aber das ist halt part of the game. Ähm, so, ne? Ja, aber das Ding ist, das liegt halt einfach daran, Kiara, dass wir keinen Schwanz haben. Oh Mann. Ähm, was laberst du für ne Scheiße, Alter? Die hat, ach. Emily, ey. Also ich glaub, es gibt tausend andere Gründe, wieso Leute dich auf jeden Fall direkt raushaben wollen. Und das liegt nicht daran, dass du keinen Schwanz hast. Na ja, ganz ehrlich, ich bin auch nicht auf den Kopf gefallen so. Ich hab schon das Gefühl, dass du vielleicht irgendwo mal gegen geflogen bist mit deinem Kopf. Also, so ganz, äh, kauf ich dir das jetzt nicht ab. So, so ganz filterlos, dass da alles in Ordnung ist. Ne? Darf man das so sagen? Das ist politisch inkorrekt? Weil das einfach so scheiße unfair ist. Sie ist auch bestimmt so eine, ich, ich kenn das von so ein paar Leuten, mit denen ich natürlich nicht befreundet bin. Ähm, die man halt so mal auf der Straße trifft. Wo eigentlich immer nur dann darüber geredet wird, wie scheiße alles ist. Kennt ihr diese Menschen? Ja, und die neue Bundeskanzlerin und, oh ne, und diese neue Bestimmung und bla. Und dann bist du an so einem Tag wie heute, wo es verregnet ist und du voll müde bist. Wo du wirklich so versuchst, ne, die ganze positive Energie rauszuholen und zu aktivieren, die irgendwo bei dir noch im letzten Eck vielleicht schlummern könnte. Und dann kommt da so jemand, der ist alles scheiße und ist so traurig alles und so. Und was mit der Welt passiert ist und bla und keine Ahnung. So eine ist Emily. Die will dich gar nicht treffen beim Gassen gehen. Emily, wehe. Wechsel die Straßenseite, wenn du mich siehst. Ich will nicht mit dir reden. Wir sind nicht mal eure Freundinnen. Ich fand das so respektlos. Oh mein Gott, Leute. In welchem Film seid ihr? Der Mike fühlt sich jetzt hier auch mal männlich, ne? So, once in the lifetime. In the lifetime. So einmal, ne? Hat er auch so ein Männlichkeitsgefühl. Wie er da auch sitzt und dann so ein dicker Alter und so. Ah, ich gönne es ihm aber auch. Dass er sich da einmal so vollkommen fühlt für den Moment. Ich geh das Geld verdienen. Und dann hat die Alte noch nicht mal gekocht, ja? Also machte ich den Starken. Also ich glaube, sie ist halt einfach insgesamt um ein Vielfaches stärker als du. Und ihr könntet die Rollen anders sein. Also es war schon echt hart. Also wir haben echt gut gespielt, muss ich sagen. Ach so, ja, jetzt war es ganz hart. Ja, klar, genau. Man dreht sich das halt immer so, wie man möchte. Jungs, ihr habt über 20.000 Euro verloren. Das ist kein Grund, jetzt hier so selbstgefährlich reinzukommen und gucken, wie ihr guckt. Ne? Wenn die Mädels morgen besser sind als ihr, dann seid ihr Lappen. Ey, das ist voll geil. Michelle hat so viel Potenzial, Leute. Lasst die mal heilen jetzt nach der ganzen Geschichte. Und die ist ein, die wird wie ein Phönix aus der Asche rauskommen. Wirklich. Das ist so eine geile Frau. Und genau deswegen hat er sie sich ausgesucht. Weil desto geiler das Objekt der Supplier eines Narzissten ist, desto lebendiger, desto mehr kann der natürlich von der sich holen, ne? Der, wie krieg ich diese Baubschmerzen weg? Oh nein, Schatz. Ich glaube, der Tommy, also wenn ich da drin gewesen wäre, ich hätte dir so eine Bauchmassage gegeben. Die ist immer, ich sag's dir, ich hätte, also du stehst, ne? Und ich hätte dich dann so von hinten umarmt, nicht wahr? Und dann hätte ich dich hier richtig schön massiert bei dir auch hier unten. Und dann hättest du fast schon im Stehen gekackt. Ich bin... Und bei Max hätte ich das ganz besonders gern gemacht. Also ich bin so richtig gut in sowas. Wenn ihr Kackprobleme habt, so richtig beschissene Probleme, dann kommt gern zu mir. Okay? Michelle schreibt Taktik mit C in Deutsch. Alter. Klappe. Okay? Die hat so viel mehr drauf als du, glaub mir das. Und das weißt du auch. Schäm dich. Du weißt das auch. Sie ist so viel stärker und powerfuler und bunter und größer und alles als du. So. Und genau das gleiche war auch bei meinem Ex Schatzi und mir. Der fand mich so toll. So. Und das ist das Problem, Leute. Lasst euch nicht leersaugen. Die ist Granate, die Frau. Wirklich. Geile Frau, ey. Du bist einfach im Schatten von ihr. Du denkst dir, ich will auch ein bisschen was von diesem Leben. Ja? Das ist so krass. Psyche ist wirklich so heftig. Das ist so heftig. Wirklich. Meine Nominierung für heute sind Emily und Gina. Ich glaube, dass es für euch psychisch sehr schwer ist. Emily ist so voll in Schwarze getroffen. Bei der Psyche. Ja. Und Melina weiß, wovon sie spricht. Dieses Gelaber von Wingeier, die Psyche und dies und das ist einfach fake. Und anlassend. Schatz, was du mit Gina die ganze Zeit machst, ne? Dass du ihr wie so ein Geist hinterher wackelt und ihre Grenzen nicht wahrst. Das ist auch anmaßend. You know what I mean? Du hast zu mir gesagt, ach Mäuschen, du bist so eine süße Maus. Und für mich ist das einfach nicht real. Aber... Warum ist das denn nicht real? Ich hab dich ja auch als süße Maus empfunden, aber... Nein, aber du kannst mir deine Maus weg sagen. Ihr hattet hier einfach sehr viele Streitereien. Aber das geht euch ja nichts an. Naja, okay. Es ist halt nervig. Egal, Emily, du bist halt einfach Psycho. Weißt, was ich meine? Natürlich belangt das, also tangiert das auch die anderen. Emily ist einfach geeignet für Trash. She is the one. Sie ist die kleine Schwester von Camp Virginia. Man sieht's nur noch nicht. So. Und die hat einfach Ahnung. Die hat Feuer unterm Arsch und keine Ahnung. Und die ist einfach... Die will ich auch nicht sehen. Schau mal, du bist dann da in Südafrika das erste Mal in deinem Leben. Und dann ist da... Die geht dann so... Zurück geht die Gina hinterher. Ich will jetzt aber mit dir reden. Nein, nein, nein. Ich geb dir keine Zeit für dich. Ich will... Nein. Ich will jetzt aber mit dir reden. Ja. Okay. Da drehst du halt durch. Weißt du? Da hast du auch Angst. Da hast du auch Angst, dass die vielleicht morgens, wenn du aufhast, irgendwie so mit diesem Gesicht halt einfach so neben dir steht. Weißt du? So. Sagt doch einfach die Wahrheit, dass ihr euren eigenen Arsch retten wollt. Könnt ihr einfach die Fresse halten und euch nominieren lassen? Was ist das denn? Haben die auch so gestritten über Noten in der Schule? Emily bestimmt, ne? Bei Gina weiß ich jetzt nicht, was los ist. Digga, ihr seid nervig zusammen. Fertig. Du solltest dich einfach um deine eigenen Probleme kümmern. Ich kümmere mich um meins, aber ich krieg nur eure mit. Vielleicht könnte man so ein... Wie soll ich das sagen? So eine Maßnahme organisieren auf Spendenbasis oder so für Emily und Mike. Ich finde die hätten beide ziemlich nötig. Aber die sind so... Nein, du! Du hast Probleme! Nein, du! Du! Kannst du lieber noch ein bisschen weiter da hingehen? Dankeschön! Die Therapeutin hat danach Burnout gehabt bei Mike. Die hat zugemacht die Praxis und nie wieder aufgemacht. Also lustig. Wie soll ich da weiter hingehen? Die Frau war durch danach, ja? Und Emily so... Hat die noch einen Platz frei für mich? Ja, okay! Auch ich habe mich für Gina und Emily entschieden. Hat er das dann? Wer hatte das gedacht? Aber Sarah ist richtig so... Ich mache mich nicht weiter angreifbar. Ich klebe nur den Sticker dahin, ihr Bitches. Ich sage dazu nichts. Ich gebe mir hier keinen Streit. Nee. Ich bin die Schweiz. Ich habe euch auch gewählt. Ciao! Tschüssi! Also wenn ich hier streite, dann nur mit meinem Ex. Weil ich möchte zeigen, dass ich auch Sarah bin ohne Ex. Das ist ja was ich meine. Ja. Da konnten wir nicht beweisen, dass man auch als Frauen stark sein kann. Ja, das stimmt. Aber wenn ihr hättet beweisen wollen, dass ihr als Frauen stark seid, dann hättet ihr nicht wie die labilsten Flüchtlinge einer bestimmten Klinik verhalten. Also das war ja wirklich, sorry, das war Horror-Movie-Vibes. Also wirklich. Gina hat irgendwelche Bilderrahmen von der Wand geschlagen. Ja, über Emily haben wir genug geredet. So. Und dann zu sagen, ja, es liegt daran, dass wir Frauen sind. Ja, also hättet ihr euch vielleicht ein bisschen sozialer in so einer Gruppe verhalten, wäre das vielleicht auch anders geendet. Ja. Das kann man dann nicht immer so auf das ziehen. Das finde ich voll schwierig. Ja, ich habe den Job nicht bekommen, weil ich bin schwul. Genau. Es liegt genau daran. Ja. Mhm. Genau. Nur weil ich schwul bin. Ja. Vor allem, jeder redet von Frauenpower. Decker, die nervt mich voll. Was für eine Power? Psycho-Power oder was? Psycho-Terror-Power? Oder was wolltest du hier? Also das ist ja richtig unangenehm. Traumpower. Was für eine Power? Und ich will dich einfach vielleicht schützen vor etwas, was noch schlimmer werden könnte. Aber, sorry, ganz kurz. Sag einfach, es war praktisch. Sag, du hast kein Draht oder so. Damit komme ich klar. Aber es ist ja nicht so. Du siehst, glaube ich, selber gar nicht, wie loko du bist, ne? Du siehst das nicht, ne? Du denkst, dass du dich da jetzt ganz normal verhalten hast und dass jetzt alle gegen dich sind, weil, ja, einfach so, ne? Aber meine Einschätzung, dass du kurz vor dem Nerven zusammen guckst. Ja, aber ich glaube, sie weiß schon selber, was sie gut tut. Ich bin erwachsene Frau. Ihr behandelt mich jetzt nicht 18 Jahre alt. Ne, du verhetzt dich so, als wenn du 18 Jahre alt wärst. So, fertig. Max von Glück, Isa, ich mach's kurz. Es liegt daran, ich hab zu allen besseren Draht. Kann ich nicht einmal alleine lassen, ne? Halt's den Maul, Alter. Du darfst selber entscheiden, was sie mag. Kann man nicht einmal alleine lassen? Die kriegt mehr auf die Reihe als du. Achte doch mal drauf, mit wem ich cool bin. Wie kannst du da dann eigentlich draufsetzen, wenn du weißt, dass der mit Legat, der mit mir, wie kann man das machen? Sie hat dann einfach ihren eigenen Kopf. So, und wenn du nicht da bist und wenn sie selber was entscheiden soll, dann macht sie das auch. Sie braucht dich dazu nicht. Sie hat mehr Lebenserfahrung als du. Du willst mich unterboten, nur weil du deine komischen Bums-Formate gemacht hast, Alter. Oh, aber wisst ihr was? Ey, das ist so, das ist so schlimm. Das ist genau das, ne? Die, also Emily, wirklich, ähm, boah, das ist so krass. Ähm, ich hatte mal so eine Situation, die ist so böse, ne? Ich sag euch das, die ist so heftig, der willst du nicht begegnen. Ähm, das war im Coffeeshop, da hat eine Frau ist zweimal auf die Pfote von meinem Hund getreten, ne? Und dann meinte ich so zu dir, Maus, guck mal, äh, du bist hier zweimal auf den Hund getreten, kannst du bitte ein bisschen Abstand halten? Und sie so, ah, was nennst du mich Maus? Und bla, und was sei das? Und, äh, ob ich sie jetzt anmachen würde und so, wo sie komplett den Schauplatz verändert hat, ne? So, sei froh, dass ich dich Maus nenne und nicht, was weiß ich, welches Wort für dich gefunden habe. So, Maus. Oder die andere Freundin, die, die andere Freundin, diese Verrückte, mit der ich nicht mehr befreundet bin, die meint ja, ich sei Narzisst, weil ich meine Freunde Maus nennen würde. Okay, das sprengt jetzt hier gerade den Rahmen, aber mit eurem Maus, Alter, sie hat gar nicht über dich geredet. Sie hat einfach gar nicht über dich geredet. Und es geht nicht darum, dass du eine Frau bist. Fertig. Deine Ex-Freundin war in deinem Bums-Format und deswegen sitzt du hier. Und dann willst du das anderen vorwerfen und andere damit runter machen und unter dich stellen. Du sitzt mit uns allen hier auf der gleichen Treppe. Der war gut. Also, Emily ist wirklich, äh, die ist einmal komplett durchgeknallt. Äh, deine Freundin hat sich durch Bums-Formate hier hingearbeitet. Und deswegen sitzt du da. Das hat Melina richtig gut gemacht. Das hätte ich der Melina gar nicht zugetraut. Ich würde sagen, ähm, Sympathien für Melina sind gerade ein bisschen gestiegen. Minimal. Wir gucken mal weiter. Und hab, ähm, mich für Gina und Emily entschieden. Jetzt hör auf damit. Auch das finde ich gerade cool von der Melina. Dass sie, obwohl gerade wirklich hier gerade Streit versagt, jetzt hör auf damit. Na, wir müssen jetzt nicht noch weiter Öl ins, ins Feuer gießen. Cool. Ihr habt halt gestritten so. Sorry. Ach so. Wo sind wir hier? Gibt ja hier fünf andere Ex-Paare, die auch streiten. Es war auf einem anderen Stern. Es war auf einem anderen Level. Gibt es zu. Könnt ihr das nicht sehen und anerkennen? Es war ganz woanders. Das war nicht Streit, Streit. Emily brachte wirklich Psycho-Streit mit dir zusammen in Verbindung. Das war anders. Hier das Ergebnis der heutigen Nominierung. Gina und Emily. Was ne Überraschung. Ihr habt die meisten Stimmen gegen euch. Noch eine Sache, die ich dir sagen möchte. Jetzt hab ich mir gar nichts anzuhören. Die Mausi. Die wir so schön gesagt haben. Mausi. Genau. Und ich bin nicht deine Mausi. Die provoziert jeden Tag. Emily lass mich bitte in Ruhe. Ich will nicht mit dir reden. Genau so. Also ich wäre mit der Emily auch nicht anders umgegangen. Was ist das für eine? Die ist wie so ein Blutekel oder so ein Piranha oder so. Die lässt dann auch nicht ab von dir, ne? Also ich sag das ganz ehrlich, Melina ist für mich eine Ratte. Also ich finde, Mausi ist halt despertierlich, aber deswegen finde ich Ratte so viel schöner. Also ich sag lieber Ratte. Nenn mich Ratte, aber nicht Mausi. Mausi ist richtig doof. Ganz ehrlich, ich sag meine Meinung und wenn dir es nicht passt, weil du dich angerissen fühlst, dann tut es mir leid für dich. Auf jeden Fall. So sehe ich das auch. Sie sagt ja einfach nur ihre Meinung. Fertig. Komplett einmal mit dem LKW tot. Aber wenn dich das dann angreift, dann ist es dein Problem. Genau so Emily. Ich glaube auch, sie hat richtig viele Freunde. Ich glaube Emily ist auch so eine Person, die hat richtig viele tolle Freunde. Und dafür hab ich gesagt, oh sorry, ich dachte ich hätte die Frage schon gestanden gesagt. Und du hast gesagt, sprich bitte einfach weiter. Dann hab ich mich falsch ausgedrückt, weil ich hab nur. Dann hab ich mich falsch ausgedrückt. Nein, du hast gerade zu mir gesagt. Ja, nein, ich war nicht kurz. Scheiß bitte. Ich hab darauf gar keinen Bock. Ja, was soll ich sagen. Das Schöne ist, als Single hast du so eine Scheiße nicht. Hast du einfach nicht. Dann steht er auf, dann geht er raus, dann ist sie, kann sie nicht schlafen, dann ist alles scheiße. Und bla, nee, hast du nicht. Warum? Mit wem? Das ist so geil. Habe sie doch gerade eben bestätigt, dass ich genau das getan habe. Habe ich doch gesagt. Jetzt verfallen wir in alten Muster. Ja gut, also es ist ja auch erst zwei Monate her. Also jetzt verfallen wir in alten Muster. Ja, was für alte Muster. Das ist ja immer noch die gleiche Zeit. Und so. Weißt du? Und es kostet mich echt so viel Energie. Und dann so dieses, äh, dieses, ich setze mir eine Cappy auf, ich zieh mich jetzt an, ich lass die Tür zuknallen und so. Ich ist so eine kleine Drama-Queen, ne? So, wirbelsturm, Lukas ist sauer. Boah, ich hasse sowas. Ich geh jetzt. Ich geh jetzt. Ich geh jetzt. Ja, bleib doch da. Rede mit ihr darüber. Leg dich hin und halt's Maul. Also, allgemein gesprochen, ne? Ich finde das so albern. Diese ganzen Drama-Streitereien. Wow. Ja, auch die Vorschau auf die nächste Woche ist, äh, hier. Sag ich euch, wie es ist. Also, was ist da los, ey, Leute? Dieses Format. Ich kann das nicht. Es ist grauenvoll. Und wisst ihr, was mir auch noch aufgefallen ist, was mir halt voll leid tut? Tommy und Sandra, ne? Sie sind das Produkt von Reality-Shows, falls euch das mal aufgefallen ist. Die kamen zusammen in einer. Da war ja auch schon alles scheiße. Äh, dann trennten die sich in einer anderen. Und jetzt sehen die sich zum ersten Mal als Ex-Leute wieder in einer. Das sind quasi Reality-TV-Leben. Wisst ihr, was ich meine? Ich find das richtig gruselig und richtig, richtig traurig einfach. Das ist so wie, bisschen wie Britney Spears und Christina Aguileras Kindheit und so. Das sind so künstliche, ja, wie so künstliche Persönlichkeiten, die der Unterhaltung einfach dienen. Und die ihre Seele verkauft haben für ein paar Gagen. Ganz übel. Ich find das richtig traurig. Das ist voll heftig. Ich bin fertig, Leute. Ich hab nicht zu viel Empathie. Nicht zu viel Empathie. Das ist nicht gut. Dankeschön für die Zeit. Wie hat euch dieses Video gefallen? Kiss eure Herzen. Bis morgen. Morgen. Tschüss. Tschüss. schön